Ja, hallo meine Lieben, ich bin es wieder, euer Dennis am Start. Ich begrüße euch nun das erste Mal, ja toll, zu einem Tod. Nein, ich bin wieder da, Freunde. Es geht wieder los. Jawohl, wir machen heute mal eine kleine süße Zockerrunde. Und zwar spiele ich mit meinem Kumpel Ronny eine Runde Cube 2 Sauerbraten. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, Freunde. Das macht auch richtig Laune. Also, ich kann das echt gut empfehlen. Zieht durch, weil das Ding ist wirklich mega geil. Ihr seht, also ich bin noch nicht ganz bei Sache. Also, oh, Digga, wo kommt er her? Du Fotzenschnitte, wo bist du? Aha. Ah, da habe ich ihn gleich erwischt. Sehr schön. Ja, oh. Alter, was ist das für ein Kack-Nood-Map hier? Oder nicht? Ey, das kann doch nicht wahr sein, ihr kleinen Fotzenhalter. Ich glaube, ich mache mal diesen... Ich glaube, ich mache mal gleich mal gegen diesen Freckelmann 1-1, äh, ja, 1-gegen-1-Match. Ja, Freunde der Sonne und sonst, wie geht es euch da draußen? Ja, ich war lange nicht mehr mit euch am Zocken. Oh, ich war wirklich... Ja, ein Jahr war ich... Au! Du kleiner... Da hab ich... Alter, was geht denn hier ab, ey? Alter! Boah! Boah! Ich schwimme ja nie. Äh, äh. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Verpiss dich. Äh, ach da hinten. Ah, Pussy. Alter, was ist das für eine Wix-Map hier, ganz ehrlich. Boah! Halt! Moment mal. Oh, jetzt aber... Die stehen und campen die ganze Zeit rum. Was geht denn hier ab, ey? Ich fang gleich schon lange hier aufzuregen, Digga. Boah! Da kriegst du ja... Da... 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 Nee. Da kriegst du ja einen Affenranzer, wollte ich gerade sagen. Alter Schwede. Oh, Mann. Ja, so läuft der Hase, würde ich mal sagen. Neue Rönne, neues Glück. Und ja, wir werden sehen. Moilzeit! Äh, Moment, 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 bitte nicht stören, es geht gleich weiter. Äh, ja, äh, wir, ja, wir bleiben in Verbindung. Ah, ist das schön, wieder zu zocken, Freunde, mit euch. Ja, nochmal, ich muss mich da wie... Ich muss mich da ganz schleunigst wieder reinfuchsen, hier, so langsam. Au, au, da hat er mich, der Fickfrosch. Da hat er mich, die Sau. Das geht nicht. Da werde ich ganz böse. Jaaa, komm her. Oh. Da habe ich ihn die Frisur rasiert. Ja. Äh, Cube 2 ist aber abbraten. Ach, ne Arschbombe. Das ist ein richtig geiles Ding. Das ist ein richtig geiles... Ah, Mann, ich habe ihn nicht gesehen, den Arsch. Äh, äh. Alter. Ja, komm her. Komm her. Komm. Buh, 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 Buh. Lauf, Junge, lauf, lauf. Boah! Hab ich mich verjagt, alter Schwede. Leck mich am Arsch, ey. Boah. Hab ich mich eingeschissen. Jaaah. Hä? Äh, 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 Durchfall. Äh, 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 äh. So häng ich... So häng ich auch immer beim Drücken. Äh, äh. Ah, tschüss. Geh weg, Freundchen. Du brauchst mir nicht immer dauerhaft am Arsch kleben. Ha, wer ist denn das eigentlich? Ah, okay. Äh, okay. Stopp. Moment. Mist. Moment, Moment, Moment. Ah, okay, hier ist keiner. Ist hier jemand nach Hause? Nein, ist hier keiner. Ja, Freunde, wie gesagt, Sauerbraten Cube 2. Kann ich echt empfehlen. Das Spiel macht mega geil Laune. Also, das ist so ein bisschen wie, äh, Quake. Ah, da hat er mich, der Wigfrosch. Ah, ah, tschüss. So. Oh, Mist. Ich wollte gerade... Ach, Drücken, Digga. So. Das ist mein heiliger Raum hier. Ha, 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 ha. Und ich glaube, der Ronny... Ist der bei mir? Nee. Der ist bei mir, ne? Weiß ich jetzt nicht. Doch, der ist im roten Team. Oh. Ah, da hat er mich, der Wigfrosch. Ja. Junge, Junge, Junge. Also, war so ein Skill, äh, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Alter. Nichts Besseres zu tun, den ganzen Tag nur rumzuzocken einfach. Komm her. Komm her. Komm her. Ah, ich habe ihn erwischt, Alter. Oh ja. Schön ist dein Kumpel. Schöner Schuss. So. Jetzt machen wir mal ein kleines Seepferdchen hier. Ja, Ronny ist leider bei mir. Was ist der denn? Ach, der ist gestorben. Aha. Ja, der ist leider nicht bei mir. Aha. Ist richtig, ey. Alter Schwede. Nee, also, äh, das ist keine Mäpfe für mich. Sorry. Das ist wohl wirklich, äh, ne? Ach sie, Mäp. Wie wollen ich mich denn bitte sehen, Digga? Ey, wie sieht der mich denn? Komm her. Komm her. Ja. 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 Ähm. Penner. Nicht mit mir. Ich bin ausgebildeter Hackepeter. Hahaha. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Eee. So nicht. Ich muss jetzt mal gucken hier, nur. Uah. Wo denn? Hm? 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 Ja, ja. Nicht, dass er immer wieder... Ah, okay. Der ist... Der ist... Gehört zu mir. Ja. Nein. Ich wollte nicht auf dem Boden landen. Was soll ich da? Ah, der Penner steht da oben die ganze Zeit. Ach, du kleine Fotzensau, Alter. Du kleiner, dreckiger Wichs-Campal da oben, Alter. Komm mal raus aus deinem Drecksloch, ey. Dämliches Stück Scheiße, Alter. Was geht bei dir ab, ey? Alter, geh mal die Treppe hoch hier. Junge. Komm mal. Was ist mit der Scheiße hier? Alter. Junge. Komm her. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Oh, aber wir. Nein. Scheiße, da hat er nicht. Fuck, ey. Ey, was... Was hängen die da auf dem Dach rum immer, Alter? Boah. Kernschmelze auf Klo, Alter. Verpiss dich ja. So. Dämliches Stück Scheiße, Alter. Denkst du, wer du bist? Alter, Affengestalt, ey. Boah. Spiele machen nicht aggro. Nein. Oh. Oh. Spiele machen nicht aggro. Nein. Spiele machen überhaupt nicht aggro. Gar nicht. Schnell weg. Ich muss kacken. Alter. Schieß doch mal weg. Schieß doch. Ach ja, klar. Guck mal, wo ist die eine Wichs-Fotze hin, Digga? Hä? Alter. So, tschüss. Au. Kleiner Ficker. Striche, Alter. Den holen wir uns jetzt. Den holen wir uns jetzt. Aha. Da oben rum, Digga. Oh, ja, Mann. Da war was im Weg. Ist klar. Alter, Fotzen, Sau, Alter. Komm her. Ja. 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 Kleiner Wichser, ey. Boah, was ist das für ein Server, Alter? Das ist ja richtig kacke. Ich will auch nie gleich Bescheid sagen. Alter. Keine Map, Digga. Das ist eine Behinderung hier. Oh. Nein. Nein. Fickte Scheiße hier, Alter. Ja, klar. Oh, im Flug ist klar, ey. Boah. Ehrlich. Macht überhaupt nicht aggressiv, Alter. Alter, Ficker da oben, Alter. Komm her. Alter, wieso treffe ich den nicht? Gibt's doch nicht, Alter. Leck mich am Arsch. So, reicht hier. Rage Game, ey. Freunde, ich bin an dieser Stelle raus. Das tut mir echt leid. Ich hab ewig nicht mehr gezockt. Ja. An dieser Stelle, ich hoffe euch, dass die erste Folge hier wirklich Spaß gemacht hat, zuzugucken. Dass ich mal wieder ausraste. Naja, teilweise... Ah. Diesmal hab ich dich erwischt, Freundchen. Da einfach in der Ecke rumzustehen hier, wie so eine Kräckhure, Alter. Was ist los mit dir? Hast du Sackratten, oder was? Sind die so schwer, dass du dich einmal im Jahr waschen tust, oder was? Kleiner, dreckiger Ekel, Alter. Bäh. Ich hasse das, wenn solche Leute mal in der Ecke rumstehen, ey. Nichts, äh. Alter Schwede. Ja, Freunde. Wie gesagt, ich bin an dieser Stelle raus. Und, ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Von Cube 2 mit Zauberbraten. Und, ja. Ich privatisiere das Match jetzt gleich mit Ronny. Und, ja. Also, wieder schauen, reingehauen. Ciao, euer Dennis.